okay jetzt sind wir also am start network marketing for you gut dann werden wir uns einfach mal über ein paar wichtige dinge unterhalten die es gilt vorab einfach mal im kopf zu haben nämlich um wagenräder um wirklich um wagenräder dieses wagenrad bezeichnen ganz einfach den erfolg also was erfolg bedeutet sie müssen sich vorstellen eine einheit wie es auch erfolg ist erfolg ist ja nicht nur geld oder nicht nur die haben glück bei anderen menschen sondern es ist eine vereinigung von vielen dingen die ja sagen wir mal aufeinander einwirken und die zusammenwirken ich vergleiche es immer mit dem wagenrad und wenn die einzelnen bereiche zwischen den speichen nicht entsprechend gefüllt sind dann kann man sich gut vorstellen dass dieses wagenrad nicht rund ist also können sie damit auch nicht gut fahren wenn also gesundheit beziehung anerkennung begeisterung kompetenz partnerschaft respekt liebe kraft ausdauer zufriedenheit und empathie zum beispiel nicht im ausreichenden maße vorhanden sind dann haben sie ein unrundes wagenrad und dann fährt sich auch nicht gut genauso sieht es mit dem beruf der zukunft aus der beruf der zukunft ist genauso wie ein wagenrad wenn da flexibilität die tatsache dass es auch unisex ist also dass es männer wie frauen auch ausüben können diesen beruf die abwechslung die sein muss lukrativität natürlich online wie offline möglichkeiten diese berufliche tätigkeit auszuüben ja dann unabhängigkeit von ort und zeit effektivität dann beziehungsförderndes miteinander gesundheit und ausgewogenheit nicht in entsprechendem maße vorhanden ist dann dann können sie gar nicht erst an den start geben berufung leben bringt ihnen gesundheit ausgeglichenheit zufriedenheit und erfolg wobei erfolg wieder ein am wagenrad für sich ist mit dem kurs den sie jetzt hier machen leben sie ihre berufung wenn sie alles umsetzen was sie hier lernen sie halten genau diese vier dinge wenn sie dranbleiben und wenn sie diesen kurs der wirklich eine einheit bildet mit strategie wenn sie das entsprechend für sich umsetzen was ist eigentlich das ist wenn sie vielleicht lächeln das ist ganz einfach eine kutsche ganz klar wissen sie dass das selbe wort für kutsche auch für trainer genutzt wird nämlich im englischen coach coach heißt kutsche genauso wie trainer und ich möchte für sie der coach die kutsche sein was ist also ein coach wie definieren wir ihn nach diesem beispiel was sie eben gesehen haben oder nach diesem bild kann man sagen es ist eine kutsche eine kutsche ein vehikel das sie von a nach b bringt das ihnen verhilft eine transformation zu machen nämlich von punkt a zu punkt b wenn sie also wirklich eine idee haben und dann mit den richtigen leuten sprechen dann können sie gemeinsam in der planung genauso wie als architekt tätig sein so wird ihren wunschtraum ihre idee zur realität und dann klappt es auch mit dem haus egal wie es aussehen soll apropos haus gehen wir noch mal kurz auf dieses haus menschen interessieren strategisch kontakte aufbauen dann refinanziertes marketing was besonders wichtig ist automatisierte kommunikation dann aktive kundengenerierung automatisieren von funktionierenden vorgängen und vor allen dingen das systematische ins handeln kommen das wird unterstützt in diesem kurs durch die tatsache dass sie ganz einfach hier alle dinge in einem haben und wir ihnen beim bei der planung helfen bei der umsetzung und bei der kontrolle und damit kommen sie auch wirklich systematisch ins handeln damit sie am ende als sieger dastehen diese strategie bringt sie garantiert ans ziel nämlich mit empathie und dem o-prinzip also dem online offline prinzip sie haben also ein alleinstellungsmerkmal auf dem markt wenn sie diese strategie so umsetzen wie sie es hier lernen können also möchte ich sie hier recht herzlich willkommen heißen zu ihrer ausbildung im network marketing mit network marketing for you beginnen sie jetzt am besten ihren online kurs haben sie fragen setzen sich am besten mit mir in verbindung ihr andreas kott ich 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 ich